Grüß euch gut, liebe Leute, endlich ist es jetzt so weit, heute wird es sicher klasse. Mit Musik und Gaudi rennen so in Wiener Schwähen, ja, das wird ein Riesenspaß. Hängt man an uns beim Nachbarn her, hockt dazu ein Glas allwein, ein gutes Papperl wär recht fein. San wie fesche Fremdall fuhrt und wann singen, das wär gut, lohnt ein Dörfswerte, lohnt ihr später werden.